Die ingewonischen Burgentexte Vorwort des Hiduo-Era-Linda von 1256 Ocke, mein Sohn, diese Bücher musst du mit Leib und Seele bewahren. Sie umfassen die Geschichte von unserem ganzen Volk, auch von unseren Vorfahren. Im vorigen Jahr habe ich sie aus der Flut gerettet, zugleich mit dir und deiner Mutter. Doch sie waren nass geworden. Dadurch begannen sie danach zu verderben. Um sie nicht zu verlieren, habe ich sie auf ausländisches Papier überschrieben. Wenn du sie erbst, musst du sie auch überschreiben. Deine Kinder ebenso, auf dass sie niemals verloren gehen. Geschrieben zu Ljewert, nach dem Altland gesunken ist, das 3449. Jahr, das ist nach Christenrechnung das 1256. Jahr. Hiduo mit Zunahmen Oera-Linda Wache Vorwort des Liko-Ovira-Linda von 803 Liebe Erben, um unserer lieben Vorfahrens willen und um unserer lieben Freiheit willen, tausendmal so bitte ich euch. Ach, ihr Lieben, lasset die Augen eines Mönches doch niemals auf diesen Schriften verweilen. Sie reden süße Worte, aber sie zerstören unbemerkt alles, was uns Frias betrifft. Um reiche Pfründe zu gewinnen, hehlen sie mit den Puppenkönigen. Diese wissen, dass wir ihre größten Feinde sind, weil wir mit ihren Leuten über Freiheit, Recht und Fürstenpflicht sprechen dürfen. Darum lassen sie alles vernichten, was von unseren Voreltern kommt und was dann noch verblieb von unseren alten Sitten. Ach, ihr Lieben, ich bin bei Ihnen am Hofe gewesen. Will es Fralda gefallen und wir uns nicht stark machen wollen, werden Sie uns alle zusammen vertilgen. Geschrieben zu Ljutwert 803 Jahre nach Christenrechnung Liko, zubenannt Oera-Linda Das Buch von Adelas Anhängern 1. Adelas Rat Das Buch der Adela-Anhänger 30 Jahre nach dem Tag, dass die Volksmutter durch den obersten Magi umgebracht worden war, da stand es arg um uns herum. Alle Länder, die da auf der anderen Seite der Weser liegen, waren von uns abgekehrt und unter die Macht des Magi gekommen und es stand zu befürchten, dass er mächtig über das ganze Land werden würde. Um dem Unglück zu wehren, hatte man eine allgemeine Versammlung einberufen, wo alle Männer versammelt waren, die bei den Meiden in einem guten Ruf standen. Dann, nachdem mehr als drei Etmale abgelaufen waren, war der ganze Gaurat in Streit und alles dasselbe wie bei ihrem Kommen. Da erbat schließlich Adela das Wort und sprach. Ihr alle wisst es, dass ich drei Jahre Burgfrau gewesen bin. Auch wisst ihr, dass ich zur Mutter gewählt bin und auch, dass ich keine Mutter sein wollte, weil ich Apoll zu meinem Ehegatten begehrte. Doch was ihr nicht wisst, ist, dass ich allen Geschehnissen nachgegangen bin, ebenso als ob ich eine ordentliche Volksmutter gewesen wäre. Ich bin überall hin und her gefahren, um zu sehen, was sich dort zutrug. Dadurch sind mir viele Dinge offenbar geworden, die andere nicht wissen. Ihr habt gestern gesagt, dass unsere Stammesverwandten auf der anderen Seite der Weser zahm und lau wären. Doch kann ich euch sagen, dass der Magi ihnen keinen einzigen Gau durch die Gewalt seiner Waffen abgewonnen hat, sondern nur durch arglistige Ränke und noch mehr durch das Gierigsein der Herzöge und Edelinge. Fria hat gesagt, wir sollten keine unfreien Leute bei uns zulassen. Doch was haben sie getan? Sie sind unseren Feinden nachgefolgt. Denn anstatt ihre Gefangenen zu töten oder freizulassen, haben sie Frias Rat gering geachtet und sie zu ihren Sklaven gemacht. Weil sie solches taten, mochte Freya nicht länger über sie wachen. Sie haben eines anderen Freiheit genommen und das ist die Ursache, dass sie ihre eigene verloren haben. Doch das alles ist euch selbst auch bekannt. Aber ich will euch sagen, wie sie allmählich so tief gesunken sind. Der Finnen ihrer Weiber bekommen Kinder. Diese wuchsen auf mit unseren freien Kindern. Allzumeist spielten und johlten sie zusammen auf dem Hof oder waren zusammen am Herd. Dort hörten sie mit Lust nach den fremdländischen finnischen Sagen, weil sie volksnah und neu waren. So sind sie unfrei geworden, ungeachtet des Waltens ihrer Eltern. Als die Kinder groß wurden und sahen, dass der Finnen ihre Kinder keine Waffen hantieren mochten und nur arbeiten mussten, da bekamen sie gegen das Arbeiten einen Abscheu und wurden sehr hochmütig. Die Bosse und ihre stärksten Söhne krochen zu den lotterigen finnischen Mädchen. Und ihre eigenen Töchter, durch das üble Vorbild vom Wege abgebracht, ließen sich selber von den schönsten finnischen Burschen schwängern, ihren üblen Eltern zum Trotz. Als der Magi dies in die Nase kriegte, da nahm er die schönsten seiner Finnen und Magiaren und versprach ihnen Kühe mit goldenen Hörnern, wenn sie sich von unserem Volk fangen ließen und danach seine Lehre verbreiten. Aber seine Leute taten mehr. Kinder wurden weggenommen, nach den Upsalanden weggebracht und sobald sie in seiner üblen Lehre erzogen waren, dann wurden sie zurückgeschickt. Als die Scheinsklaven unserer Sprache mächtig waren, machten sie sich an die Herzöge und Edelmänner heran und erklärten, sie müssten dem Magi hörig werden, so könnten ihre Söhne ihnen folgen, ohne durch das Volk gewählt zu werden. Denjenigen, die für gute Taten ein Vorteil zu ihrem Haus bekommen hatten, versprachen sie von seinetwegen noch ein Hinterteil dazu. Jenen, die ein Vor- und Hinterteil bekommen hatten, sagten sie ein Rundteil zu und die ein Rundteil hatten, ein ganzes Land. Waren die Eltern zu harte Frias, dann wendeten sie den Steffen und hielten auf ihre verbasterten Söhne zu. Gestern waren hier unter euch einige, die alles Volk zu Haufe rufen wollten, um die östlichen Länder wieder zu ihrer Pflicht zu zwingen. Doch nach meiner einfältigen Meinung dürfte das falsch ausgehen. Denkt einmal, dort wäre eine heftige Lungenseuche unter dem Vieh gewesen und dass sie dort noch arg wüte. Würdet ihr es dann wohl wagen, euer Vieh unter ihr krankes Vieh zu führen? Niemals! Sofern nun jedermann bestätigen und beipflichten muss, dass damit die Herde schlecht davon kommen würde, wer würde dann so dreist sein, um seine Kinder unter ein Volk zu wagen, das ganz und gar verdorben ist? Würde ich euch einen Rat geben, würde ich euch sagen, ihr müsst euch vor allen Dingen eine neue Volksmutter wählen. Ich weiß wohl, dass ihr damit auf dem Trockenen sitzt, hauptsächlich, weil von den 13 Burgfrauen, die wir noch übrig haben, wohl 8 sind, die nach dieser Ehre streben. Aber das sollte ich nicht mitteilen. Tüntja, die Burgfrau auf der Burg Medias Blick ist, hat niemals darauf gezählt. Doch ist sie voll Weisheit und klarsehend und wohl so stark auf ihr Volk und unsere Gepflogenheiten eingestellt wie alle anderen zusammen. Weiter will ich anraten, ihr müsst zu den Burgen gehen und dort alle Gesetze, Frias Rat, ebenso alle Geschehnisse abschreiben, ja alles, was auf den Wänden zu finden ist, auf das nichts verloren gehe und nicht mit den Burgen ebenso vernichtet wird. Dort steht geschrieben, Die Mutter und jedwede Burgfrau soll Außenhelfer und Sendboten haben, 21 Meiden und 7 Lehrmädchen. Könnte ich etwas dazu tun, so würde ich schreiben, und ebenso viele ehrsame Töchter, um zu lernen, wie dort auf den Burgen sein mögen. Denn ich sage es in Treue, und die Zeit wird es bestätigen, Sofern ihr echte Frias-Kinder bleiben wollt, niemals zu gewinnen, weder durch Listen noch durch Waffen, so habt ihr dafür zu sorgen, dass eure Töchter echte freie Weiber werden. Die Kinder muss man lehren, wie groß unser Land einst gewesen ist, welche großen Menschen unsere Vorfahren waren, wie groß wir noch sind, wenn wir unseren Teil mit anderen vergleichen. Man muss ihnen von den Helden und Kämpfern erzählen und von ihren tapferen Taten, auch über weite, ferne Seefahrten. Alle diese Erzählungen müssen am Herd getan werden, auf der Heimstätte und wo es sonst sein mag, sowohl mit Freude als mit Tränen. Aber soll es sich nachhaltig in den Köpfen und Herzen einprägen, dann müssen alle Lehren über die Lippen eurer Weiber und Töchter dahin strömen. Adelas Rat wurde befolgt. Die Namen der Graugrafen, unter deren Verwaltung dieses Buch entstanden ist. Dieses sind die Namen der Obergrafen, unter deren Verwaltung dieses Buch angefertigt wurde. Apoll, Adelas Mann. Dreimal ist er Seekönig gewesen und nun ist der Obergraf über Ostflieland und über die Linderorte. Die Burgen Ljudgader, Linderheim und Stavoren stehen unter seiner Obhut. Der Sachse Storo, Südiers Mann, Obergraf über das Hohe Wenn und Wälder. Neunmal ist er zum Herzog, das ist zum Heermann gewählt. Die Burgen Buda und Münster stehen unter seiner Hut. Abelo, Jaltjas Mann, Obergraf über die Südflühländer. Viermal ist er Heermann gewesen. Die Burgen Acken, Ljudburg und Katzburg sind unter seiner Hut. Ennoch, Die Wekes Mann, Obergraf über Westflieland und Texland. Neunmal ist er zum Seekönig gekürt. Die Varaburg, Medeasblick, Foraner und Altfriasburg sind unter seiner Hut. Foppo, Mann von Dunros, Obergraf über die Sieben Eilande. Fünfmal ist er Seekönig gewesen. Die Burg Valhalla Gara ist unter seiner Hut. Die früheste Geschichte Dies stand auf den Wänden der Friersburg zu Texland angeschrieben. Das steht auch zu Stavoren und zu Medeasblick. Es war Friers Tag und zu dieser Stunde waren siebenmal sieben Jahre vergangen, dass Foster nach Friers Wunsch als Volksmutter angestellt war. Die Burg Medeasblick war fertig und eine Burgfrau war gewählt. Nun sollte Foster die neue Lampe anzünden und als dies in Gegenwart von dem Volke getan war, da rief Friers von ihrem Wachstern, so dass alle Menschen dies hören konnten. Foster, nimm deinen Stift und schreib die Dinge auf, die ich früher nicht sagen konnte. Foster tat, wie er geboten war. So sind wir Friers Kinder an unsere früheste Geschichte gekommen. Dies ist unsere früheste Geschichte. Fralda, das alleine gut und ewig ist, machte den Anfang. Dann kam die Zeit. Die Zeit brachte alle Dinge, auch die Erde, hervor. Die Erde gebar alle Gräser, Kräuter und Bäume, all das liebe Getier und all das böse Getier. Alles, was gut und lieb ist, brachte sie bei Tag, und alles, was schlecht und böse ist, brachte sie des Nachts. Nach dem 12. Julfest gebar sie drei Jungfrauen. Lüder war aus Glühendem, Finder war aus Heißem und Friar war aus warmem Stoff. Da sie nackt kamen, speiste Fralda sie mit seinem Atem, auf das die Menschen an ihn gebunden sein würden. Sobald sie reif waren, empfingen sie Vergnügen und Genügen in den Träumen. Fraldas Oth trat innerlich zu ihnen und nun gebaren jede zwölf Söhne und zwölf Töchter, zu jeder Julzeit Zwillinge. Davon sind alle Menschen gekommen. Lüder war schwarz und kraushaarig wie die Lämmer. Gleich Sternen blinkten ihre Augen, ja, des Geiervogels Blicke waren mutlos gegenüber ihren. Schafe Lüder, eine Schlange konnte sie kriechen hören und wenn da Fische im Wasser waren, entging dies ihren Nüstern nicht. Wohlgebaute Lüder, einen starken Baum konnte sie biegen und wenn sie lief, brach kein Blumenstängel unter ihren Füßen. Gewaltige Lüder, hart war ihre Stimme und schrie sie aus Wut, so rannte jeder schnell fort. Wundervolle Lüder, von Gesetzen wollte sie nichts wissen, ihre Taten wurden von ihren Trieben gesteuert. Um den Schwachen zu helfen, tötete sie die Starken und wenn sie es getan hatte, weinte sie bei der Leiche. Arme Leder, sie wurde grau von ihrem unklugen Verhalten und am Ende starb sie vor Herzschmerz wegen ihrer Kinderbosheit. Unkluge Kinder, sie bezichtigen sich gegenseitig wegen der Mama ihres Todes, sie heulten wie die Wölfe, stritten ebenso und derweilen sie so handelten, fraßen die Vögel die Leiche. Wer vermag da, seine Tränen zurückzuhalten? Finder war gelb und ihr Haar wie die Mähne eines Pferdes. Einen Baum konnte sie nicht biegen, aber wo Lüder einen Löwen zu töten vermochte, da tötete sie wohl zehn. Verführerische Finder, süß war ihre Stimme und kein Vogel konnte singen wie sie. Ihre Augen lockten und lauerten, aber wer sie ansah, wurde schwach. Unredliche Finder. Sie schrieb tausend Gesetze, doch sie befolgte keines davon. Sie verabscheute das Gute wegen ihrer Freimütigkeit, doch an Schmeichlerinnen gab sie sich schnell selber weg. Das war ihr Unglück. Ihr Kopf war zu voll, doch ihr Herz zu eitel. Sie liebte niemanden als sich selbst und sie wollte, daß jeder sie liebhaben sollte. Falsche Finder. Honigsüß waren ihre Worte, doch dem, der ihr vertraute, war das Unglück nahe bei. Selbstsüchtige Finder. Über alle wollte sie herrschen und ihre Söhne waren wie sie. Von ihren Schwestern ließen sie sich bedienen und gegenseitig schlugen sie sich um die Herrschaft tot. Doppelherzige Finder. Wegen treffender Worte wurde sie wild und die ärgsten Taten rührten sie nicht. Sah sie eine Eidechse eine Spinne verschlingen, dann wurde ihr eisig ums Herz. Aber sah sie ihre Kinder einen Frias ermorden, so schwoll ihr Busen vor Vergnügen. unglückliche Finder. Sie starb in der Blütezeit ihres Lebens und es ist noch dunkel, wie sie gestorben ist. Scheinheilige Kinder. Unter köstliche Steine legten sie ihre Leiche nieder. Mit aufgeblasenen Schriften darauf schmückten sie diese, weinend, um gehört zu werden. Aber in der Stille weinten sie keine einzige Träne. Verabscheuungswürdiges Volk Die Aufzeichnungen, die Finder hinterließ, waren in goldene Blätter geritzt. Doch den Besten, für die sie gemacht waren, waren sie niemals zum Nutzen. Die guten Gesetze wurden ausgelöscht und Selbstsucht schrieb dann schlechte dafür. O Finder, da ward die Erde voll Blut und deine Kinder mähten die Köpfe der Menschen wie Grashalme ab. Ja, Finder, das sind die Früchte deiner Eitelkeit. Sieh nieder von deinem Wachstern und weine. Fria war weiß wie der Schnee im Morgenrot und das Blau ihrer Augen überwand noch das des Regenbogens. Schöne Fria, wie die Strahlen der Mittagssonne, so glänzten ihre Haare, die so fein waren wie Spinnengewebe. Fähige Fria öffneten sich ihre Lippen, dann schwiegen die Vögel und die Blätter bewegten sich nicht mehr. Mächtige Fria durch die Kraft ihrer Blicke legte sich der Löwe vor ihren Füßen nieder und hielt die Otter ihr Gift zurück. Reine Fria ihre Speise war Honig und ihr Trank war Tau, gesammelt in den Blüten der Blumen. Erleuchtete Fria. Das erste, was sie ihre Kinder lehrte, war Selbstbeherrschung. Das andere war die Liebe zur Tugend und als sie volljährig wurden, da lehrte sie sie, den Wert der Freiheit zu kennen. Denn, sagte sie, ohne Freiheit sind alle anderen Tugenden alleine gut, um euch zu Sklaven zu machen, eure Abkunft zur ewigen Schande. Milde Fria Niemals ließ sie Metall aus der Erde graben, zum eigenen Vorteil. Aber wenn sie es tat, so war es zu jedermanns Nutzen. Glücklichste Fria Wie die Sterne die Erde umschwärmen, so schwärmen ihre Kinder um sie. Weise Fria Als sie ihre Kinder zum siebten Glied aufgezogen hatte, da rief sie alle nach Flieland zusammen. Dort gab sie ihnen Aufzeichnungen, Tex, und sagte, lasst dies euren Wegweiser sein, so dass es euch nie schlecht gehen soll. Auserwählte Fria Als sie dies gesagt hatte, bebte die Erde wie Vraldas Meer. Flielands Boden sank allmählich unter ihren Füßen nieder. Die Luft wurde schwarz und hellgrün von Tränen bis zu herabstürzendem Wasser. Und als sie sich nach ihrer Mutter umsahen, war sie schon lange auf ihrem Wachstern. Da sprach schließlich der Donner aus den Wolken und Blitze schrieben in den Luftraum Wache. Weitsichtige Fria Das Land, von wo sie aufgefahren war, war nun ein Strom und außer ihrem Text war darin alles begraben, was von ihren Händen gekommen war. Gehorsame Kinder Als sie wieder zu sich selbst kamen, da machten sie diese hohe Warft, bauten diese Burg darauf. An die Wände derselben schrieben sie den Text und damit alle Menschen ihn finden können, haben sie das Land rundherum Texland genannt. Darum wird es bestehen, solange die Erde ist. Viertens Frias Rat Frias Text Heil entbiete ich den Freien, schließlich sollen sie mich wiedersehen. Doch nur den allein mag ich als frei erkennen, der weder Sklave von einem anderen ist, noch von seinen Leidenschaften. Hier ist mein Rat. Erstens Wenn die Not arg ist und guter Rat und gute Tat nichts mehr vermögen, dann ruft den Geist Vraldas an. Aber ihr dürft ihn nicht anrufen, bevor alle Dinge geprüft sind. Doch ich sage euch mit Grund und die Zeit wird es wahr machen, die Mutlosen werden immer an ihrem eigenen Leide erliegen. Zweitens Vraldas Geist mag man allein kniebeugend Dank bekunden. Ja, dreimal für was ihr von ihm genossen habt, für was ihr benötigt und für die Hoffnung, die er euch in bangen Zeiten lässt. Drittens Ihr habt gesehen, wie schnell ich Hilfe spende. Tut gleiches mit eurem Nächsten, aber wartet nicht, bis man euch gebeten hat. Der Leidende wird euch fluchen und meine Meiden werden euren Namen aus dem Buch streichen und ich werde euch wie einen Unbekannten abweisen müssen. Viertens Nehmen niemals kniebeugend Dank von euren Nächsten an. Das geziemt nur Vraldas Geist. Der Neid wird euch ankriechen, die Weisheit wird euch ermangeln und meine Meiden werden euch des Vaterraubes bezichtigen. Fünftens Vier Dinge sind zu eurem Nutzen gegeben, mit den Namen Luft, Wasser, Land und Feuer. Aber Vralda will der alleinige Besitzer davon sein. Drum rate ich euch, ihr sollt euch rechtschaffende Männer wählen, die die Arbeit und ihre Früchte gerecht verteilen, sodass niemand frei von Arbeit noch von der Wehr sei. Sechstens Sofern da jemand unter euch gefunden wird, der seine eigene Freiheit verkauft, der ist nicht von eurem Volk. Er ist ein Horning oder Hurenkind mit verbastertem Blut. Ich rate euch, dass ihr ihn und seine Mutter aus dem Lande treibt. Sagt das zu euren Kindern des Morgens, des Mittags und des Abends, auf das sie davon des Nachts träumen. Siebtens Jeden Menschen, der einen anderen seiner Freiheit beraubt, auch wäre der andere ihm schuldig, muss ich an der Kinderleine einer Sklavin führen lassen. Doch rate ich euch dazu, seine Leiche und die seiner Mutter auf einer kahlen Stätte zu verbrennen, danach ihre Asche fünfzig Fuß unter der Erde zu vergraben, auf das da kein Grashalm drauf wachsen möge, denn solches Gras würde euer bestes Vieh töten. Achtens Greift niemals das Volk von Lüder noch von Finder an, Fralder würde ihnen helfen, so daß die Gewalt, die von euch ausging, auf eure eigenen Häupter zurückkommen würde. Neuntens Sofern es sich zutragen möchte, daß sie von euch Rat oder etwas anderes begehren, so gehört es sich, ihnen zu helfen, aber kommen sie zum Rauben, dann fallt auf sie nieder wie blitzendes Feuer. Zehntens Sofern einer von ihnen eure Töchter zur Frau begehrt und sie das will, dann sollt ihr sie auf ihre Dummheit hinweisen, aber will sie trotzdem ihrem Freier folgen, daß sie dann in Frieden gehe. Elftens Wollen eure Söhne von ihren Töchtern, dann müßt ihr ebenso handeln wie mit euren Töchtern, aber weder der eine noch die andere mögen zurückkehren, denn sie werden ausländische Sitten und Gepflogenheiten mitbringen und sobald diese bei euch geduldet werden, mag ich nicht länger über euch wachen. Zwölftens Auf meine Burgfrau Voster habe ich all meine Hoffnungen gesetzt, deshalb müßt ihr sie zur Ehrenmutter nehmen. Folgt ihr meinem Rat, dann soll sie hernach meine Burgfrau bleiben und alle frommen Frauen, die ihr folgen. Dann soll die Lampe niemals ausgehen, die ich für euch angesteckt habe. Das Licht derselben soll dann ewig euer Gehirn erleuchten und ihr werdet dann ebenso frei bleiben von unfreier Gewalt wie eure Süßwasserströme von dem Salzwasser des endlosen Meeres. Fünftens Dies hat Voster gesagt Dies hat Voster gesagt. Alle Satzungen, die ein F, das sind hundert Jahre, mit dem Kroder und seinem Johl umlaufen mögen, die sollen auf den Rat der Ehrenmutter oder bei allgemeinem Willen auf die Wände der Burgen geschrieben werden. Sind sie auf die Wände geschrieben, dann sind sie Gesetze und das ist unsere Pflicht, um sie allzeit in Ehren zu halten. Kommen Not und Zwang uns Satzungen zu geben, die mit unseren Gesetzen und Gepflogenheiten widerstreiten, so müssen die Menschen tun, wie ihnen geheißen. Doch sind sie gewichen, dann muss man immer zu den Alten zurückkehren. Das ist Frias Wille und das muss derjenige sein von all ihren Kindern. Voster sagte, alle Dinge, die man anfangen will, gleich was es sein möge, an dem Tag, den wir Fria geheiligt haben, die sollen stets ewig schlecht oder falsch ausgehen. Nachdem die Zeit nun bewiesen hat, dass sie Recht hatte, gemeint ist Fria, so ist das ein Gesetz geworden, dass man ohne Not und Zwang an Fria ihrem Tage nichts anderes tun darf, als frohe Feste feiern. Sechstens, dies sind die Gesetze, die zu den Burgen gehören. Eins, sofern da irgendwo eine Burg gebaut ist, so muss die Lampe derselben an der ersten Lampe zu Texland angezündet werden. Das darf niemals anders als durch die Mutter geschehen. Zwei, Jede Mutter soll ihre eigenen Meiden wählen, ebenso diejenigen, die auf den anderen Burgen als Mutter sind. Drei, die Mutter zu Texland darf ihre Nachfolgerin wählen, doch sofern sie stirbt, bevor sie es getan hat, so muss diese auf einer Mena 8 durch den Rat von allen Ländern zusammen gewählt werden. Hinweis, Mena 8 meint eine Versammlung der allgemein geachteten. 4 Die Mutter zu Texland darf 21 Meiden und sieben Spindel Mädchen haben, auf das dort stets sieben bei der Lampe wachen mögen, am Tage und des Nachts, bei den Burgfrauen, die auf den anderen Burgen als Mutter dienen, ebenso viele. 5 Sofern eine Maid einen Gatten will, so muss sie es der Mutter melden und sofort zu den Menschen zurückkehren, bevor sie mit ihrem brünstigen Atem das Licht ausbläst oder trübt oder verunreinigt oder beschmutzt. 6 Der Mutter und jeder Burgfrau soll man zuweisen 21 Burgherren, sieben alte Weise, sieben alte Krieger oder Kämpfer oder Kämpfen und sieben alte Seekämpfer. 7 Davon sollen alle Jahre drei von jeweils sieben nach Hause zurückkehren, doch darf ihnen nicht durch ihre Sippschaft nachgefolgt werden, außer durch das vierte Glied. 8 Jede Burg mag 300 junge Burgverteidiger oder Burgwehrer haben. 9 Für diesen Dienst sollen sie Frias, Tex und die Gesetze lernen, von den weisen Männern das Weistum oder Wissen, von den alten Hermannen die Kriegskunst und von den Seekönigen die Künste, die bei den Auslandsfahrten notwendig sind. 10 Von diesen Wehrern sollen jährlich hundert zurückkehren, doch sind da einige invalid geworden, so mögen sie auf der Burg ihr ganzes Leben lang bleiben. 11 Bei der Wahl der Wehrer darf niemand von der Burg eine Stimme haben, weder die Obergrafen noch andere Oberhäupter, sondern nur das Volk allein. 12 Der Mutter zu Texland soll man 21 schnelle flinke Booten geben, mit 36 Rappenpferden, auf den anderen Burgen jeder Burgfrau drei Booten mit sieben Pferden. 13 Auch soll jede Burgfrau 50 Bauern haben, durch das Volk ausgewählt, aber hierzu mag man nur alleine solche geben, die weder fähig und stark für den Wehrdienst noch als Auslandfahrer sind. 14 Jede Burg muss sich selbst unterhalten und ernähren von ihrem eigenen Rundteil und dem Teil, der ihr von dem Marktgeld zusteht. 15 Ist da jemand gewählt, um auf den Burgen zu dienen und will er nicht, dann kann er später kein Burgherr werden und somit keine Stimme haben. Ist er schon Burgherr, so soll er diese Ehre verlieren. 16 Sofern jemand Rat von der Mutter oder einer Burgfrau begehrt, so muss er sich selber bei dem Schreiber melden. Dieser bringt ihn zum Burgmeister. Danach muss er zum Letzter, das ist der Heilkundige oder Heiler. Der muss sehen, ob er auch nicht von bösen Begierden besessen ist. Ist er gut gesagt, so entledigt sich er selbst seiner Waffen und sieben Wehrer bringen ihn zur Mutter. 17 Handelt die Sache über ein Land, so mögen da nicht weniger als drei Boten kommen. Ist es über das ganze Frias Land, dann müssen da damit, dass da weder böse Vermutungen aufkommen können, noch Betrug erfolgen würde. 18 In allen Sachen muss die Mutter bewirken und beachten, dass ihre Kinder, das ist das Frias Volk, so maßvoll bleiben, wie das sein kann. Das ist die größte ihrer Pflichten und unserer aller Pflicht, um ihr dabei zu helfen. 19 Hat man sie, die Mutter, zu einer rechtlichen Sache angerufen, wegen einer Aussprache zwischen einem Obergrafen und der Gemeinde und findet sie die Sache zweifelhaft, so muss sie zum Vorteil der Gemeinde sprechen, auf daß dort Friede komme, und weil es besser ist, dass einem Mann Unrecht getan würde, als vielen. 20 Kommt jemand um Rat und weiß die Mutter Rat, so hat sie diesen sofort zu geben, weiß sie sofort keinen Rat, so mag sie sieben Tage warten lassen, weiß sie dann noch keinen Rat, so mögen sie von hinnen ziehen, und sie mögen sich selbst nicht beklagen, weil ihnen kein Rat besser ist als schlechter Rat. 21 Hat eine Mutter argen Rat aus bösem und schlechtem Willen gegeben, so muss man sie töten oder außer Landestreiben, völlig nackt und bloß. 22 Sind ihre Burgherren mitschuldig, dann verfährt man ebenso mit ihnen. 23 Ist ihre Schuld zweifelhaft oder bloß Vermutung, so muss man darüber beraten und sprechen, falls nötig, 21 Wochen lang. Stimmt der Halbteil oder die Hälfte schuldig, so halte man sie für unschuldig. Zweitens Dann wartet man noch ein volles Jahr. Stimmt man dann ebenso, so mag man sie schuldig halten, aber nicht töten. 24 Sofern da einige unter den Dritten sind, die sie so sehr für unschuldig halten, dass sie ihr folgen mögen, so mögen sie dies tun mit all ihrer beweglichen und treibenden und tragbaren Habe und niemand hat sie dafür gering zu achten, auf das die Mehrheit ebenso gut irren kann wie die Minderheit. Allgemeine Gesetze 1. Alle Freigeborenen sind auf gleiche Weise geboren. Darum müssen sie auch gleiche Rechte haben, ebenso gut auf dem Lande wie auf der See, das ist Wasser und für alles, was Fralda gibt. 2. Jeder Mann mag das Weib seiner Wahl freien und jede Tochter mag demjenigen ihren Heiltrunk bieten, den sie liebt. 3. Hat jemand ein Weib genommen, so gibt man ihm Haus und Land. Ist da keines, so muss es gebaut werden. 4. Ist er wegen eines Weibes in ein anderes Dorf gegangen und will er dort bleiben, so muss man ihm dort ein Haus und Land geben, außerdem den Nutzen von der Dorfmark. 5. Jedem Manne muss man ein Hinterteil als Land zu seinem Haus geben, doch niemand darf ein Vorderteil bei seinem Haus haben, viel weniger ein Rundteil. Nur wenn jemand eine Tat zum Allgemeinen Nutzen getan hat, so mag ihm das gegeben werden. Auch mag sein jüngster Sohn dies erben. Nach ihm muss das Dorf dies wieder zurücknehmen. 6. Jedes Dorf soll eine Dorfmark nach seinem Bedarf haben und der Graf soll sorgen, dass jeder Einzelne seinen Teil dünkt und gut erhält, auf dass die Nachkommen keinen Schaden erleiden mögen. 7. Jedes Dorf darf einen Markt haben, zum Kauf und zum Verkauf oder zum Tausch. Alles andere Land soll Bauernland und Wald bleiben. Doch die Bäume dort darf niemand fällen, außer auf allgemeinen Rat und außer mit Wissen des Waldgrafen, denn die Wälder sind zum allgemeinen Nutzen, deshalb darf niemand Herr davon sein. 8. Als Marktgeld darf das Dorf nicht mehr nehmen als den zwölften Teil des Schatzes, weder von den Einheimischen noch von den Auswärtigen. Auch darf der Marktschatz nicht eher verkauft werden als das andere Gut. 9. Das ganze Marktgeld muss jährlich geteilt werden, drei Tage vor dem Jultag in hundert Teile zu teilen. 10. Dem Obergraf mit seinen Grafen sollen davon zwanzig Teile gebühren, dem Marktrichter zehn Teile und seinen Helfern fünf Teile, der Gaumutter vier Teile, dem Dorf zehn Teile, den Armen, das sind die, welche weder arbeiten können noch vermögen, fünfzig Teile. 11. Diejenigen, welche zum Markt kommen, dürfen nicht wuchern. Kommen dort einige, so ist es der Burgfrauen Pflicht, sie über das ganze Land bekannt zu machen, auf das sie niemals für irgendein Amt gewählt werden, denn solche Menschen haben ein gieriges Herz. Um Warten, das Volk, die Mutter, ihre Familien und schließlich sich selbst. 12. Ist jemand so bösartig, dass er solchen krankes Vieh oder verdorbene Ware als einwandfrei verkauft, so muss der Marktrichter ihm dieses verwehren und die Burgfrauen ihn über das ganze Land bekannt machen. Achtens die Wehrgesetze In früheren Zeiten wohnte Finders Volk meistens zusammen in seiner Mutter Geburts Land mit Namen Alt Land, welches nun unter dem Meer liegt. Sie waren somit weit entfernt. Daher hatten wir auch keinen Krieg. Als sie vertrieben waren und hierher kamen, um zu rauben, da kamen hier von selbst Landwehr, Heermannen, Könige und der Krieg. Für sie alle kamen Vorschriften und aus den Vorschriften wurden Gesetze. Hier folgen die Gesetze, die daraus abgeleitet wurden. 1. Jeder Frias muss die Gegner oder Angreifer oder Verletzer oder Feinde abwehren mit jedweden Waffen, die er ersinnen, bekommen und hantieren vermag. 2. Ist ein Knabe zwölf Jahre, so muss er den siebenten Tag seiner Lehrzeit nutzen, um mit den Waffen vertraut zu werden. 3. Ist er befähigt, so gebe man ihm Waffen und er wird zum Wehrer geschlagen. 4. Ist er drei Jahre Wehrer, so wird er Burgherr und darf helfen, seinen Hauptmann zu wählen. 5. Ist jemand sieben Jahre Wähler, so darf er helfen, einen Heermann oder König zu wählen, dazu auch selbst gewählt werden. 6. Alle drei Jahre muss er erneut wieder gewählt werden. 7. Außer dem König mögen alle Amtsträger wiedergewählt werden, die gerecht handeln und nach Frias Rat. 8. Ein König darf nicht länger als drei Jahre König bleiben, auf das er nicht haften bleiben möge, unserer Freiheit zur Schande. 9. Hat er sieben Jahre ausgesetzt, so darf er wiedergewählt werden. 10. Ist der König durch den Feind gefallen, so mögen seine Angehörigen auch nach der Ehre trachten. 11. Ist er während seiner Wahlzeit abgetreten oder innerhalb seiner Zeit gestorben, so darf ihm kein Verwandter nachfolgen, der ihm näher ist als das vierte Glied. 12. Diejenigen, welche mit der Waffe in ihren Händen kämpfen, können nichts ersinnen und weise bleiben. Darum ziemt es sich keinem König, Waffen im Streit zu führen. Seine Weisheit muss seine Waffe sein und die Liebe seiner Kämpfer muss sein Schild sein. 9. Die Rechte der Mutter und der Könige Hier sind die Rechte der Mutter und der Könige. 1. Sofern Krieg kommt, sendet die Mutter ihre Boten zum König. Der König sendet Boten zu den Obergrafen wegen der Landwehr. 2. Die Obergrafen rufen alle Burgherren zusammen und beraten, wie viele Mannen sie stellen sollen. 3. Alle Beschlüsse derselben müssen sofort mit Boten und Zeugen der Mutter gesendet werden. 4. Die Mutter lässt alle Beschlüsse sammeln und bestimmt die goldene Zahl. Das ist der Mittelwert von allen Beschlüssen zusammen. Damit muss man für das Erste zufrieden sein und ebenso der König. 5. Ist die Landwehr im Felde, dann hält der König alleine Hof, um mit seinen Hauptleuten zu beraten. Doch müssen dort immerzu drei Burgherren der Mutter den Vorsitz führen, ohne Stimme. Diese Burgherren müssen täglich Boten zur Mutter schicken, damit sie wissen möge, ob da etwas getan wurde, widerstreitend mit den Gesetzen oder mit Frias Ratschlägen. 6. Will der König etwas tun und seine Berater nicht, so darf er sich dazu nicht unterstehen. 7. Kommt ein Feind unverhofft, dann muss man tun, was der König gebietet. 8. Ist der König nicht zur Stelle, so muss man seinem Nachfolger gehorchen, von diesem dessen Nachfolger bis zum Letzten. 9. Ist da kein Hauptmann, so wähle man jemand. 10. Ist da keine Zeit, so werfe der sich zum Hauptmann auf, der sich mächtig genug fühlt. 11. Hat der König ein furchtbares Volk abgeschlagen, so mögen seine Nachkommen seinen Namen hinter ihrem eigenen führen. Will der König, so darf er sich auf einer unbebauten Stätte einen Flecken aussuchen, als Haus und Erbe. Das Grundstück mag ein Rundteil sein, so groß, dass er von allen Seiten 700 Schritte aus von seinem Haus gehen kann, ehe er an seine Grenzen kommt. 12. Sein jüngster Sohn darf das gut erben, nach ihm dessen jüngster Person, dann soll man dieses zurücknehmen. Zehntens, die Rechte aller Frias, um sicher zu sein. Hier sind die Rechte aller Frias, um sicher zu sein. 1. Sofern da Gesetze erlassen oder neue Vorschriften hinzugefügt werden, so muss es zum allgemeinen Nutzen geschehen, aber niemals zum Vorteil von einzelnen Menschen, weder von einzelnen Geschlechtern noch von einzelnen Ländern, noch von irgendetwas Einzelnem. 2. Sofern Krieg kommt und da wurden Häuser zerstört oder Schiffe, was es auch sei, sei es durch den Feind sowie auf allgemeinen Ratschluss, so hat die Allgemeinheit, das ist das ganze Volk zusammen, das wieder zu heilen, darum, dass niemand die allgemeine Sache verlieren helfen soll, um sein eigenes Gut zu behalten. 3. Ist der Krieg verzogen und da sind einige so verletzt, dass sie nicht länger arbeiten können, so muss die Allgemeinheit sie unterhalten. Bei den Festen haben sie vorne zu sitzen, auf das die Jugend sie ehren soll. 4. Sind da Witwen und Waisen geworden, so muss man sie auch unterhalten und die Söhne mögen die Namen der Väter auf ihre Schilde schreiben, um ihr Geschlecht zu ehren. 5. Sind da einige durch den Feind gefangen und kommen sie zurück, so muss man sie weit vom Heerlager weg führen, denn sie könnten unter bösen Versprechungen oder Gelübden freigelassen worden sein, und dann vermögen sie ihre Gelübde nicht zu halten und doch ehrlich bleiben. 6. Falls wir selber Feinde fassen, so bringe man sie tief ins Land fort, aber lehre sie unsere freien Sitten. 7. Lässt man sie danach laufen, so lasse man dies mit Wohlwollen durch die Meiden tun, auf das wir Freunde und Freunde gewinnen, anstatt Angreifer und Feinde. Die e sind die en und die